Okay, es geht weiter. Ich wurde wieder gestört. Oh, egal. Warte mal, hier in diesem Wald gab es doch einen Ort, wo es komische Viecher gab. Okay, diese Pilze will ich nicht sehen. Und dieses braune Viech will ich ganz und gar nicht sehen, weil es schwach ist. Oh, jetzt erkenne ich das auch. Das ist ein Vogel. Oh, Mann. Schwirrer und so weiter. Aber wie viel Schaden hat gerade der Schlucker gemacht? Ich glaube, das hat einen übermäßigen Schaden gemacht. Ich weiß nicht. Ich glaube schon, oder? Okay. 10 Erfangs... Oh, das ist so erbärmlich. Das ist so erbärmlich. Okay, wir gehen jetzt mal... Ach, scheiß auf die Pilze. Okay, geschafft irgendwie noch durchzukommen. Aber war da nicht irgendwo da... Hä? Willst du mich verarschen? Ach, komm, dann gehen wir ins Schloss. Aber bei 600 gab es noch ein paar. Das weiß ich. Das sind ja immer noch tausend. Soldat! Terroristen! Was ist los? Äh, was ist los? Okay, dann mach ich mal was anderes. Da komm ich mit, äh... Wie heißt sie wieder? Wie heißt sie wieder? Verdammt, wie heißt sie wieder? Äh, Male. Ach, scheiße. Ich hab' ihren Namen total vergessen. Einfach so. Jetzt sagt ihr nichts, oder? Was ist Nadia? Ich war in Sorge, Prinzessin. Ich verstehe euren Schmerz, aber den König interessiert nur sein Reich. Ja, sogar als eure Mutter, Königin Alisa, starb, arbeitet er nur den ganzen Tag. Niemand konnte das. Das ist unmenschlich. Unmenschlich! Oh mein Kind, es ist vergangen und vergessen. Erzähl mir mehr. Das wird schwierig. Nun, König Alisas Zustand verstechtete sich auf einmal drastisch. Sie verlangte, den König ein letztes Mal zu sehen, aber er hatte keine Zeit, sie zu besuchen. Was ist das für ein Wichser? Sie liegt im Stirm und er will weiterarbeiten. Er sagte, er habe zu arbeiten, ist klar. Du, die du nicht über den Tod wusstest, erwartest du treu an der Seite deiner Mutter. Wartest du treu an deiner Mutter, ja. Alisa starb in tiefem Kummer, als habe der König sie indirekt getötet. Welch eine Schande. Was? Vater tötete meine Mutter? Was weiß ich schon. Es gibt Gründe für alles, nicht wahr, meine Liebe? Nun, wie schön, euch alle wiederzusehen. Bitte besucht den König. Okay. Wir werden den König auch besuchen, aber erstmal die Truhen hier untersuchen. Erstmal in den Keller gehen. Warte, gab es hier irgendwann eine Truhe? Gab es hier irgendwo eine Truhe und seit wann bist du hier was? Ich bin euer Anwalt, Pierre. Der König ist so bedrückt, seit Prinzessin Nadias verschwinden. Ich persönlich denke ja, er hat daraus geschlossen, dass sie nicht entführt wurde. Er braucht Zeit, aber ich glaube, er sich versteht. Dennoch benimmt sich der Kanzler seltsam. Er wird uns Probleme machen. Ach ja, es gibt auch einen Sidekurs mit dem Kanzler. Kann ich denn jetzt schon eigentlich machen? Ach komm, hör auf, warte. War da hier eine Truhe? Nein, okay. Aber hier war da... Nein, hier war auch keine Truhe. Verdammt. Man guckt mein Gedächtnis, denn so schlecht. Was zur Hölle? Hier war... Was? War das Gefängnis... Was? Ich bin ein bisschen behindert, oder was? Das Schloss... Das Gefängnis war da. Denn, denn, denn... Ich glaube, ich habe mir noch nicht mal richtig herumgeguckt, weil mir kommt alles unbekannt vor. Hier war ich gar nicht, oder? Wer bist du denn? Hey, ohne Genehmigung darf man hier nicht rein. Bin ich aber. Und du? Hey, tut mir leid. Die alte Dame schmeißt die Küche. Hier bitte leise auftreten. Die Hauptsache ist, dass sie kochen kann. Aber sie kann auch brillen. Oh. So was mag ich nicht. Und du? Ein Vorfahrteskoch hatte einen Wettstreit mit Magos Truppen. Ah. Okay, stimmt ja. Okay, dann gehen wir nach oben. Die Truhe haben wir gar nicht geöffnet. Hyper-Ether. Yeah. Hyper-Ether. Und Truhe? Wie ist verschlossen? Willst du mich verarschen? Okay, hier öffnen. Okay, hier geht es zum König, oder was? Was? Willst du nochmal vor Gericht? Also, da geht es zum Gerichtshof. Okay. Da geht es zum Gerichtshof. Und da ist eine verschlossene Truhe. Und da wollte ich nicht hin. Ich wollte eher das Röhr raus. Okay. Wenn ich diese Reihe fertig habe, muss ich zu 600 A. D. Oder wie das heißt. Und Safe-State zur Sicherheit. Und wir gehen erstmal hoch und untersuchen mal erst alles gründlich. Weil wir die Truhen hier alle brauchen. Ich habe... Warte, als ich jetzt erstmal war, habe ich nicht alles untersucht? Ach hier, Truhe. Robo... Rote Weste halten. Rote Weste. Rote Weste. Dunkelrüstung. Ah, okay, okay. Da kommen diese Waffen. Äh, nein, diese Waffen, äh, diese Ausrüstung. Dun, 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 dun. Im besten Zimmer ist das meins, oder was? Nach dem Tod seiner Frau lebt er nur für die Konzesse Nadia. Oh, armer König. Oh. Eter voller Halten. Okay, das haben wir jetzt auch erledigt. Ihr scheiß Schwuchtelsordaten. Könnt mich mal. Wir gehen runter. Wir gehen runter. Und nochmal runter. Und nochmal runter, weil ihr es können. Und raus hier. Okay, die Truhen haben wir jetzt fast alle. Und liegt das so, oder kommt es mir nur so vor? Ich glaube, es kommt mir nur so vor. Okay. Hier ist auch eine Truhe, die ich noch nicht geöffnet habe. Hyper Eater. Eater, Eater. Keine Truhe. Okay, wo geht es hier lang? Wo geht es denn hier lang, bitte? Safe State. Wer bist du denn? Ich bin mit ihrer physischen Erziehung betraut. Ich bringe ihre Disziplin bei. Dieses Jahr hat sie fast jede Stunde versammt. Ich bin mit der Erziehung der Prinzessin betraut. Okay. Magie Elixier. Dankeschön. Okay, das haben wir jetzt auch erledigt. Okay, gehen wieder runter. Und so. Ich habe da eine Behauptung, dass ich der einzige Letztplayer bin, der irgendwie viel erreicht hat. Hier. Aber sehen wir mal. Aber von den deutschen Kreisen her. Kommt, Prinzessin Nadia. Und? Was kommt jetzt? Oh, Nadia. Was willst du? Ich werde auf deine Forderung nicht eingehen. Das ist die Strafe dafür, dass du das Schloss verlassen hast. Und diese Rüpel reingelassen hast. Du könntest nun in irgendeinem Straßenecke betteln. Das bist du für ein Vater. Hör auf. Sie sind meine Freunde. Sie sind eine Schande für diese Familie. Vater, du. Du. Dein Land ist dir wichtiger als ich. Oder Mutter. Was? Du hast Mutter getötet. Oh. Das war die Kante. Das war... Okay. Sofort. Sofort. Raus hier. Ich will dich hier nie wieder sehen. Den sehen wir nicht los. Oha. Okay. Kein Sound. Ist auch klar. Wir sind keine Familie mehr. Tu, was du willst. Oha, König. Sei nicht so. Sei nicht so. Das ist eine eigene Tochter. Was ist los? Du Spasti. Er hat irgendwas vor. Warum hast du so glänzendes Auge gehabt? Oh, weh mir. Warte mal. Es kann nicht sein, dass der Vater jetzt hier... Also weggestoßen hat. Was ist los? Das kann kein Vater durchziehen. Außer er kann Herz. Okay. Lässt er mich jetzt durch? Der König. Wo ist der? Hier. Ich habe nichts zu sagen. Okay. Der Bastard von Kanzler hat irgendwas vor. Warte mal. Ach ja. Ich weiß, wer das ist. Ich weiß ganz genau, wer das ist. Sehr elender Wichser vom Kanzler. Warte. Dich bringe ich schon noch um. Später kommt sowieso noch eine Sidequest dazu. Und dann wirst du sehen, was da noch mit dir passiert, du jemender Wichser. Okay. So. Und so. Okay. Geschafft irgendwie noch. Und hier durch. Okay. Jetzt müssen... Warte. Gab es denn Lukasplatz eigentlich noch was? Lukasplatz. Sehen wir uns das mal an. Din, 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 din. Okay. Lukasplatz. Hier gab es doch eine Truhe oder nicht? Oder wähle ich mir das nur eine? Okay. Hier nicht. So. Hier nicht. Okay. So. Ähm. Hier gab es noch einen Weg. Der irgendwo hinführt. Irgendwo am Arsch der Welt. Din, 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 din. Okay. Hier gibt es nichts mehr. Dann gehen wir einfach raus hier. Und scheiß auf den Vater. Scheiß auf Papa. Und hier raus. Din, 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 din. Okay. Safe State. Der Vater hat uns... Hat uns... Also hat... Die Tochter weggestoßen. Als wäre sie ein Stück Scheiße oder so. Der Vater ist böse. Der ist einfach böse, böse. Okay. Wir gehen mal hier. Und sehen uns mal alles an. Porestube. Was gibt es in der Porestube? Nichts für uns. Außer einen alten Sack mit Radio. Und hier... Hier ist ein Laden. Warte, hab ich bei den Laden schon eingekauft. Stahlsegen. Fehlgewehr. Okay, hier brauch ich nichts mehr. Raus mit uns. Und hier, Bootshaus. Ach ja, hier war ich ja schon einmal. Din, din, din. Wohnhaus, din, 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 din. Und hier, Gutsherrhaus. Okay, hier war das die Sache mit dem Vater, der immer an sein Geschäft denkt und alles. Ach, hier waren zwei Truhen. Und? Schwarze Weste erhalten. Und hier? Schneeweste erhalten. Schneeweste, okay. Dunkle Rüstung, blockt der Gewitter und Schattenangriffen. Kann man immer gebrochen, wenn man gegen irgendwelche Bastarde von Gegnern kämpft, die irgendwie Schattenangriffe einsetzen. Hm, ich hab da schon eine geile Idee, was ich mache. Okay, jetzt müssen wir eigentlich nur in 2003... Wieso komme ich ganz nicht auf? 2003, verdammt. Äh, 2300. Immer 2003. Okay, jetzt müssen wir zu Lenas Platz und da kurz gucken. Din, 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 din. Und jetzt gehen wir zu Lenas Platz. Und gucken uns mal an, ähm, was es bei 600 gibt. Okay. Okay, sie ist enttäuscht. Hat man gerade gesehen. Der Papa hat sie in den Stich gelassen. Oh, oh. Tut mir leid. Oh, eine Runde mit Leid. Oh, okay. Das stimmt, jetzt wirkt jetzt ein bisschen traurig schon etwas. Warte, hier geht es zu der prehistorischen Zeit, oder? Hier muss ich sowieso nicht mehr hin. Und hier geht es zu Protokoppel. Hier geht es zu Medina. Da war ich schon. Gibt es noch das hier? Da hole ich jetzt mir alle Truhen, die es da gibt. Und dann sind wir fertig mit der Suche, mit den ganzen Schatztruhen. Okay. In der Kathedrale gab es nichts, das weiß ich. Oder? Ich weiß es jetzt nicht. Ach, in der Kathedrale gab es nichts. Oder? Warte, was? Warte, wir haben in der Zukunft was verändert. Kann es in der Vergangenheit was verändert haben? Hm. Müssen wir gleich mal nachgucken. 277. Tod. Sehr, sehr gut. 22 Erfahrungspunkte. Sehr gut, sehr gut. Was habe ich gelernt? Doppelteck? Irgendwas. Verdammt, ich habe irgendwas gelernt. Schon wieder. Und? Äh, was habe ich denn gelernt? Verdammt, ich habe irgendwas gelernt. Doppelfalle. Wie steht Gegner? Achso. Das ist dann eine doppelte Chance, irgendwas zu klauen, oder wie? Glaubt schon, oder? Und die spielen wieder Fußball. Ey. Lang lebe Fußball. Und... DIN, 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 DIN. Friedensstube. DIN, 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 DIN. Okay. Und du? Welch eine glückliche Zeit. Lass uns feiern. Nee, danke. DIN, 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 DIN. Box ist da. Die Kiste ist seit Generationen in der Familie. Öffne sie und ihr Inhalt gehört euch. Etwas reagiert auf das Amulett. Ähm. Speich... Ähm. Was passiert jetzt? Blaue Weste halten. Warte mal. Was passiert, wenn ich das nicht rausnehme? Okay. Etwas reagiert auf das Amulett. Raus nehmen. Ja, okay. Ich nehme das einfach raus. Blaue Weste halten. Ähm... Willkommen. Okay. Ich verstehe jetzt nicht den Sinn von diesem Mädchen hier drin. Hallo, was machst du da? Willkommen. Okay, ich verstehe den Sinn jetzt nicht. Und... Ich dachte, es gab noch ein Mädchen in dieser Gegend. Wohnhaus. Okay, hier haben wir schon geredet. Oder noch nicht, oder? Sehen wir uns mal an. Die Helde brachte uns Frieden. Und ich habe dem König die Glocke geliefert. Was von hier mehr? Hurra für Gadier. Ein Trinkspur auf das Land. Auf unser Land. Und was gibt's hier? Bei Wohnhaus. Okay, hier gibt's nichts. Hier gibt's nichts. Hier ist ein Laden. Denen ich nicht betreten wollen. Will, will. Und hier Gadierwald. Okay. Ich weiß noch, wo die ganzen Sachen... Wo eine Truhe war. In der Gegend. Okay. Aber irgendwie stand bei der Komplettlösung, wir sollten, wenn irgendwas hier auf die Kette reagiert, später gehen. Oh, ein Hastpillet. Dankeschön. Du hast mein Leben damit bereichert. Aber so richtig. Och, komm. Den, 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 den. Okay. Wir sehen uns wieder rum. Ja, Leute. Dieser Part ist nicht so spannend, wie ihr denkt. Den, 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 den. Den, 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 den. Wo sind alle? Was ist los? Seht ihr? Ihnen geht es besser. Okay, das ist gut. Da sind ja alle froh. Kann ich weiter nach oben? Nein. Okay. Jetzt muss ich nach rechts. Und... Was gibt es hier? So. Okay. Hier ist die Küche. Der Koch ist irgendwie weg. Den, den, den. Den, den. Ich muss mich mal kurz bei der Komplettlösung, Komplettlösung mal nachgucken, was da alles noch gibt. Okay. Hier läuft irgendwas ab. Ihr lebt. Obwohl wir keine große Opferzeit zu verzeichnen haben. Ohne euch hätten wir es nicht geschafft. Auf jeden Fall müssen wir das Königreich Gardier wieder aufbauen. Alles zusammen. Warte. Was passiert, wenn ich den Frosch jetzt reinhole? Das verlöst vielleicht ein Ereignis aus. Ihr lebt. Oh, scheiße. Okay, 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 okay. Und du? Frog, danke nochmals. Ihr für den, den Titel Ritter. Zu wertvoll sind diese Worte für mich. Yeah. Unsinn. Du hast uns gerettet. Ich bin nur gekocht. Ich werde ein gefördertes Siegeswahl bearbeiten. Frog, ihr habt euch als Krone und den anderen angeschlossen? Ihr habt großes geleitet. Bitte wegbauen, solange ihr wünscht. Mein Herz ist erfreut. Danke, euer Gnaden. Warte. Okay, es geht weiter. Und ja, ich habe nachgelesen. Und hier ist ja alles richtig gemacht worden. Außer eine Sache. Da stand, wenn hier irgendwie eine Kette ausgelöst wird, also da stand hier mit der schwarzen Dings da, dass wir das jetzt rausnehmen wollen. Das war ein Anzeichen dafür, dass wir in der Zukunft, also in 1000, etwas Besseres dafür bekommen. Egal, ich habe jetzt Pech gehabt. Man kann jetzt nichts mehr daran ändern. Und wir machen einfach jetzt so. Und, okay, so. Und gehen auf die linke Seite. Die Sidequests mache ich viel, viel später, weil die Gegner haben dann 25.000 Lebenspunkte. Und ich mit meinen Leveln, glaube ich, habe jetzt momentan nicht so große Chancen. Etwas reagiert auf das Amulett. Ähm. Safe State. Ja, rausnehmen. Was kriege ich? Rote Weste. Okay, ich... Ähm. Nein. Okay, ich lasse es dann mal. Das ist eine rote Weste dann. Wir kriegen 1000, also was Besseres. Okay, merke ich mir. Hier ist nichts. Aber eine Sache habe ich jetzt vergeigt mit der Kiste, aber egal. Wir kriegen in 1000 ja was Besseres dafür. Okay, als das Amulett reagiert das also. Ich glaube, das war ein Zeichen dafür, dass es in der Zukunft dann was Besseres gibt dafür. Okay, das haben wir jetzt dann auch. Denn, 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 denn. Okay, dann müssen wir einfach hier. Dann wieder so. Das ist auch alles gut. Alles läuft bisher sehr gut. Okay, die Kathedrale gehe ich sowieso nicht mehr rein. Da gibt es sowieso nichts für mich. Und was? Oder doch? Nein, da gibt es nicht. Das war ein Dungeon. Ich glaube nicht, dass in einem Dungeon jetzt sowas gab es. Ich habe auch keinen Bock, da hinzugehen. Okay, hier gab es nichts. Und hier? Hier gab... Alter, gab es was im Schrank. Ich habe gerade was leuchten gesehen. Und? Und hier? Verschlossen. Markus hat überlebt und versteckt sie. Er darf nicht entkommen, um der Gefallen willen. Ich halte daher, sei Syphus befreundet. Er muss ein staatlicher Krieger sein, Syphus. Oh. Oha. Welch Schicksal. Frog, wenn du hier... Der Held hat die bösen Monster betrieben. Yeah. Okay, das ist verschlossen. Ältestenhaus. Hier gab es doch eine Truhe, oder nicht? Hat er nicht einmal gesagt, wir können eine Truhe hier öffnen? Endlich Frieden. Danke den Helden. Oha, für den Helden und Gardia. Okay, das haben wir dann auch. Und hier dann Dorino Stube. Die Dorino Stube. Na, Dorino Stube gibt es nichts für uns. Okay, hier gibt es nichts, was wir jetzt machen können. Ach, scheiße. Das ist eine Sidequest. Wenn wir jetzt in das Tornado gehen, kommt ein Labyrinth, wo wir uns dann durchkämpfen müssen. Und darauf habe ich keinen Bock. Das mache ich später diese Sidequest. Ich will erst mal hier rumkämpfen und untersuchen alles. Oder wollt ihr das sehen? Sinkwüste. Also, jetzt sind wir in einem Dungeon. Aber der Gegner hat 25.000 Lapis halten. Nein, 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 nein. Ich kämpfe da nicht. Der Gegner hat 25.000. Nicht mit meinem Level schaffe ich das niemals. Äh, äh, niemals. Kaffee. Äh, okay, hier weg. Din, 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 din. Oder warte, immer. Da gab es doch irgendwas mit einem Sidequest mit Kaffee. Und ich dachte, der Held wäre von hier. So eine Enttäuschung. Okay. Okay, der Held ist nicht von hier. Das war Tatas Haus. Warte, gab es hier eine Kiste? Was war Tata da? Tata, was machst du da? Hör auf damit. Du musst dein Papa nicht am Arsch anfassen. Das ist nicht gut. Du kriegst nur eine Läuse und alles. Ältesten Haus. Warte, hier gab es... Ach, hier war das. Jetzt hat da ein... Äh... Sechste. Nein. So. Nein. Okay, da kriegen wir in der Zukunft was Besseres dafür. Hab ich jetzt gelesen. Okay. Wenn das nicht ist, dann hab ich... Dann ist das eine Kack-Scheiß-Ding da. Du musst extra wieder zurück, um deine ganzen Sachen dann zu holen. Und darauf hab ich keinen Bug. Okay. Okay, das war jetzt das. Wir gehen jetzt wieder zurück. Ja, Leute. Ich will jetzt nur ganze Kisten sammeln. Das war... Das ist einfach das Ding. Hier. Und jetzt kommt diese rote Polykoli. Ja, ich wusste es. Und töten wir das ganz schnell. Das geht ja sehr, sehr schnell. Und so. 323. Und so. Fick dich. Teelis. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Masse Mune. Sehr gut. 11 Erfahrungspunkte. Äh. Ach. 11 Tech-Punkte hab ich bekommen von denen. Entschuldigung. Boah, das muss aber raus. Ja, und so. Und so. Okay, jetzt muss ich ja noch einmal zum Schloss. Und dann. Unten. In das Gebäude. Wo einmal der alte Sack war. Okay, ich muss jetzt wieder noch zurück. Warte, ist es das? Linas Platz. Ja, okay. Ach, wenn das jetzt nicht klappt, dann. Dann gehe ich wieder zurück und hole mir die ganzen Kisten. Und ihr seid dann live dabei. Und werdet dann sowieso dann sehen, was ich da bekomme. Din, 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 din. Ach, die Musik ist so toll. Die ist immer so motivierend zu spielen. Immer so schön. Immer so schön. Und hier. Und so. Und durch mit uns. Okay, ich gehe erstmal in den unteren Platz. Und dann gehe ich... Dann arbeite ich mich hoch. Okay. Jetzt muss da diese Schatztruhe geben. Wenn nicht, dann ist es der größte Beschiss. Und da haben sie mich angelogen. Aber richtig. Aber es muss da geben. Okay, so. Gut, sehr raus. Wo zum Teufel soll der Schatz sein, hä? Wo zum Teufel soll er sein? Willst du mich verarschen, oder was? Ach, willst du mich verarschen? Ey, das ist der größte Kack aller Zeiten. Ach, du ekliges Fisch. Stirb. Ach, so eine Scheiße. Derjenige, der gesagt hat, dass ich in der Zukunft was Besseres bekomme. Er kann mich mal. Ich kriege nichts Besseres. Hier kriege ich nichts. Ach, jetzt kann ich die ganze Scheiße nochmal machen. Ach, jetzt kann ich die ganze Scheiße nochmal machen. Mann. Oh, so eine verdammte Mistkacke. Ach, das regt mich so auf. Okay, jetzt wieder zurück. Ach, Mann. So eine Scheiße. Egal, wir müssen sowieso gleich in die Zukunft. In diesem Part seht ihr sowieso, wie ich Kisten hole und alles. Nichts Besonderes. Ach, so eine verdammte Mistkacke. Ähm, ja, da müssen wir hin. Wieso sagen die, dass ich da was bekomme, Mann? Egal, komm. Egal. Wir holen uns jetzt die ganzen Truhen. Dann gehe ich nach Hause. Und dann ist fertig. Dann gehe ich zu 2300. So. Und hole mir... Nein. Und dann bin ich fertig mit der ganzen Kacke hier. Ach, stirb. Imp-Experte. Ist klar. Ihr seid sowieso tot. Und der Schlucker sieht auch noch geil aus. Und weg mit dir. Mit 418 Schaden. Oha, ich glaube, ich bin etwas overleveled. Aber das habe ich schon öfters gesagt. Nur etwas, glaube ich. Und so. Fußball ist immer noch in Entwicklung. Daut noch etwas, bis Fußball richtig gut entwickelt ist. Und so. Jetzt gehen wir noch zum Schloss. Und gehen nach links war das, oder? Ja, links war das. Warte, hier gab es doch... Ach, scheiße. Ich dachte, hier gab es diese komischen fliegenden Mistteile. Okay, jetzt gehen wir nach links. Und holen uns das... Und holen uns das Ding da. Äh, kacke. Das war andere Seite. Den, 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 den. Den, 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 den. denn den krone generation werden euch danken okay denn 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 wo war die truhe auch hier ja ich will das jetzt rausnehmen das war eine scheiße ja ich will das rausnehmen rote west halten okay das habe ich jetzt auch erledigt so und so und raus mit uns das war das jetzt mit dem schloss alles erledigt was wir machen sollten ich weiß nicht was der typ meint dass in der zukunft was besseres bekomme weil das ist in der zukunft gibt es nicht mal dass diese also diese dieses haus von den ältesten deswegen bringt es auch keinen sinn dass es da dass da irgendwas bessere sein soll egal egal wir wollen jetzt dass diese zwei schätze denn 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 wie viel und hab ich denn verdammte kacke ich habe so viel schon verschwendet für sowas egal ein paar zu über schätze suchen ist ja nicht so schlimm denn 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 und ältesten denn 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 haus und hätte ich nur etwas auch vielleicht dann gibt es etwas tolles okay und öffnen ja ja rausnehmen was kriege ich schwarze weste und hier ja rausnehmen und ich kriege eine schneeweste ich wusste das irgendwie ob das ist gerade so etwas gehangen okay hier bin ich den part weil es ist nur langweilig für euch wir sehen uns das nächste mal bei 2300